Willkommen zu dieser Preview zum Royal Rumble 2016. Der findet am 24.01. statt im Amway Center in Orlando. Das ist vielleicht noch gar nicht mal so unwichtig später. Ja, Royal Rumble, das so, ich würde sagen, das ist halt wichtigste Event des Jahres. Neben WrestleMania ist auch der Start der Road to WrestleMania und so bin ich gerade unwichtig. Und alles ist dieses Jahr ein bisschen anders. Die letzten beiden Jahre lief es ja eher weniger gut. Könnte man so sagen. Ich habe zu dem letzten Jahr auch ein Review gehabt, wo ich mich auch sehr darüber ausgelassen habe, was da passiert ist. Auch wenn ich damals ein Lächeln auf den Lippen hatte, ich würde mir trotzdem wünschen, dass das nicht nochmal passiert. Weil das waren 45 Minuten Dauerbu, nur das zwei Jahre lang. Das braucht man nicht nochmal. Also man sollte eigentlich meinen, schlimmer als die letzten beiden Jahre kann es gar nicht mehr werden. Aber wer weiß, vielleicht sind sie alle guten Sachen. Drei denn, man hat auf jeden Fall Potenzial dazu, es dieses Jahr wieder komplett zu verhauen. Aber man hat auch Potenzial dazu, es nicht komplett zu verhauen, sondern es ist eigentlich meiner Meinung nach ziemlich gut zu lösen. Es ist ziemlich offen eigentlich dieses Jahr. Und bevor wir eigentlich zu dem, meiner Meinung nach, na es gibt eigentlich nur zwei interessante Matches auf dieser Karte, meiner Meinung nach. Aber gut, kommen wir erstmal zum Kick-Off. Das heißt, die Pre-Show, wieder so langweilig wie immer. Darren Young und Damien Sandow gegen Mark Henry und Jack Swagger, gegen die Ascension, gegen die Dudley Boys. Ist, ja, Qualifying-Match. Ich weiß gerade gar nicht für was, wahrscheinlich für den... Ich habe keine Ahnung, warum dieses Match überhaupt existiert. Scheinbar ist das irgendwie wichtig. Für den Tag-Team-Titel oder so. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe WoW komplett geguckt und ich weiß es einfach nicht. Aber gut. Ist mir auch scheißegal, wer da gewinnt. Ich sage einfach mal, dass da jetzt die Dudleys gewinnen. Warum Mark Henry und Jack Swagger? Okay. Es ist alles ein bisschen verwirrend. Aber ich würde sagen, da gewinnen die Dudley Boys. Aber wie gesagt, das geht mir eigentlich auch so was von am Arsch vorbei. Ähm, dann, was wird der Opener, der Main-Show? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das wird das United-State-Championship-Match. Alberto Del Rio gegen Callisto. Das ist ja... Ah, gut. Das könnte man eigentlich auch noch als einigermaßen interessant bezeichnen. Denn das ist es tatsächlich. Äh, Callisto hat ja für unglaublichen einen Tag den Intercontinental-Championship gehalten. Bis er ihn dann bei den SmackDown-Tapings wieder verloren hat. Das heißt, rein Cave-Wing-mäßig hat er ihn eigentlich vier Tage gehalten. Äh, was auch nicht gerade viel ist, muss man einfach mal so sagen. Und, ähm, ich würde tatsächlich... Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich bald wieder gewinnen werde. Die Frage ist halt jetzt bei Fastlane oder bei WrestleMania. Ich glaube jetzt. Ich würde es auch ganz interessant finden, wenn man zwischendurch mal so eine Fede hat. Vor allem in den letzten Jahren gab es das bei der WWE ja so gut wie gar nicht. Ähm, dass man einfach mal eine Fede hat, wo öfter mal der Titel wechselt. Weil jetzt sind wir die letzten Jahre da mit einem Brock Lesnar rumgedümpelt, den ich liebe, wie ihr wisst. Da werde ich auch gleich nochmal sehr, sehr viel wahrscheinlich drüber erzählen. Aber da war ein Titelwechsel halt so, jo, jedes halbe Jahr bis ein komplettes Jahr mal ein Titelwechsel. Also insgesamt war einfach nicht so gut, weil du wusstest, okay, es passiert nur, was bei den Pay-Per-Views. Und das hat man jetzt in der letzten Zeit ein bisschen so geändert. Roman Reigns hat seinen Titel bei War gewonnen. Kalisto hat seinen Titel bei War gewonnen. Gut, er hat ihn dann wieder bei SmackDown wieder vorloren. Fire Alone ist also auch wieder ein Titelwechsel bei einer Weekly, was man ja eigentlich nicht so oft hatte. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, also nebenbei. Mal ganz davon abgesehen, dass ich eigentlich auch Roberto de Rios sehr gerne mag, aber er einfach sowas von unglücklich irgendwie wäre. Also sowas von motivationslos. Er ist eine Form seines Lebens. Ich meine, guckt euch den Körper von dem Kämmer an, ne? Er ist unfassbar. Ähm, aber er wirkt einfach so unfassbar demotiviert und überhaupt keinen Bock. Was das Ganze ein bisschen kaputt macht. Aber Kalisto ist gerade auf dem Weg, der neue Real Mysterio zu werden. Da habe ich auch gar nicht mal so viel gegen. Weil ich ihn auch mehr mag als Real Mysterio. Weil er auch mehr drauf hat als Real Mysterio. Und seit dem TLC-Spot habe ich eh ziemlich viel Respekt vor dem jungen Herrn. Also insofern kann er von mir aus gerne zurückgewinnen. Da ist mein Tipp auf Kalisto, aber... Ja, doch, mein Tipp ist auf Kalisto. Aber es kann eigentlich beides passieren. So, dann haben wir noch ein Diva-Championship-Match. Charlotte vs. Becky Lynch. Ich liebe Becky Lynch's Theme. Generell, die Iren haben aktuell in der WWE die besten Themes, die es gibt. Ich meine, muss ich mal nur... Sheamus, Kevin Owens, Becky Lynch. Was für geile Einzugsongs sie haben. Da muss ich einfach mal loswerden, ne? Und generell mag ich Becky Lynch einfach in jedem Bereich mehr als Charlotte. Weil ich finde, Charlotte ist die Nervigste aktuell. Ich finde, erstens, sie sieht komplett so aus wie ihr Vater. Du guckst einer Frau ins Gesicht und du siehst einfach ihren Vater. Das ist nicht gut. Dann dieses Gimmick, was mir überhaupt nicht aufgeht. Und ich finde sie generell einfach nervig. Ich bin einfach komplett überdrüssig von ihr. Ich habe nie irgendwie was gesehen, wo ich dachte, yo, die ist unterhaltend. Ich meine, talentiert im Ring ist sie. Das kann man ja nicht absprechen. Aber unterhalten tut mich das Ganze trotzdem nicht. Da finde ich, Becky Lynch ist da doch schon wesentlich besser. Sowohl am Mikrofon als auch im Ring unterhält sie mich zumindest wesentlich mehr als eine Charlotte. Oder Charlotte oder wie auch immer man sie aussprechen will. Bisher getan hat im Main-Woster. Trotz des Diva-Titels. So. Dann gibt es das wirkliche Tag-Team-Championship-Match. New Day vs. The Usos. The Usos finde ich inzwischen sowas von langweilig. Das ist echt der Wahnsinn. Es wurde auch nicht besser, nachdem sie ein halbes Jahr weg waren. Hat nichts gebracht. Die New Day im Gegensatz dazu finde ich natürlich immer noch mega unterhalten. Ich finde es cool, dass sie das wirklich aufrechterhalten können. Ich hatte das Gefühl, okay, die haben gerade so ein richtiges Hoch. Mit ihrer Craziness, mit allem. Aber das wird irgendwann sowas von langweilig werden und einfach nur abflachen. Aber es ist es nicht. Es unterhält immer noch die Leute. Sie kriegen immer noch mega viele Publikumsreaktionen. Und ich selber habe einfach den Spaß, denen einfach zuzugucken. Ich war fast am Weiden, als die Trombone kaputt gegangen ist. Es war echt traurig quasi. Ja, also auf jeden Fall bin ich da auf der Seite von New Day. Und ich hoffe auch echt, dass die Usos nicht die Titel bekommen, weil die sind wirklich einfach langweilig. Mach doch mal irgendwas, um die spannend zu machen, um die auch nur anderen unterhalten zu machen. Weil aktuell sind sie nix, als die kickenden Zwillinge aus Samoa, die kein Schwein interessieren. Die kriegen so gut wie keine Publikumsreaktionen. New Day ist aktuell das einzige, vielleicht neben den Dudleys, die aktuell diese Tag-Team-Division ein bisschen tragen. Weil die League of Nations ist ja auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Es ist so traurig, was daraus geworden ist. Das heißt, was es von Anfang an war. Und die Social Outcasts, wo ich dachte, okay, die bringen jetzt auch wieder ein bisschen Pepp mit rein. Sie sind ja auch nicht so wirklich in der Tag-Team-Division jetzt. Sie sind ja jetzt auch eher in dem Royal Rumble-Match drin gewesen. Tatsächlich gar nicht mal so schlecht dargestellt, was ich liebe, weil ich bin riesen Heath Slater-Fan. Ja doch, Heath Slater-Fan. Weil der Kerl hat es einfach drauf, Leute. Und ich war damals so traurig, dass die Freeman-Band gefeuert wurde. Einfach weil es war schon cool, so ein bisschen. So ein Jobber-Team da zu haben, was halt einfach mal unterhalten hat. Und wo man einfach mal nur Spaß hatte, wenn sie auf die Fresse bekommen. Ich glaube, das hat man mit den Social Outcasts nochmal geschafft. Aber vielleicht gehen sie da ja wirklich in eine Richtung, die auch ein bisschen mal Erfolg verspricht. Werden wir sehen. Bisher wurden sie viel besser dargestellt, als ich dachte. Und generell, ich bin eigentlich immer froh, wenn solche Leute, vor allem wenn Heath Slater-Airtime bekommt. Weil die hat er absolut verdient, der Junge. Jedenfalls, mein Tipp geht auf New Day. Es wird ein ganz gutes Match, weil schlecht sind die Usos ja nicht im Ring. Aber es wird, ne, die Usos, Heal-Turn oder so, irgendwas bitte, um die spannend zu machen. Weil so ist das echt jedes Mal für mich fast Einschlaf. Ja, es ist einfach zum Einschlafen, wenn ich die sehe. Tut mir leid. So. Dann das vorletzte Match auf der Kart. Das wird, glaube ich, nicht der Co-Man-Event, weil das wäre ein bisschen krass. Aber ich glaube, das wird auch relativ früh auf der Kart kommen. Und zwar das Intercontinental Championship. Ach, ich habe gerade die ganze Zeit bei Alberto Leroy und Callisto von dem Intercontinental. Ich meine natürlich den United States-Titel bei Callisto. Jetzt geht es um das Intercontinental Championship. Zwischen Dean Ambrose und Kevin Owens in einem Last-Man-Standing-Match. Was natürlich echt so ordentlich den Drang dazu hat, Match of the Night zu werden. Weil die beiden können was. Ambrose ist jetzt natürlich nicht so unfassbar talentiert im Ring. Aber der kann Mimik, der kann Gestik, der kann immer sein Gimmik unfassbar gut rüberbringen. Und auch da habe ich so leichte Probleme mit der Fede. Weil die geht mir einfach zu lange. Weil man hat natürlich immer gemerkt, okay, diese Fede ist von Aggressivität geführt. Die beiden hassen sich gegenseitig. Und das wollte man jede Woche klarstellen. Und deshalb gab jede Woche das Gleiche. Der hat sich einfach jede Woche gegenseitig fertig gemacht. Gegenseitig verprügelt. Jedes Mal gegeneinander losgegangen. Kann funktionieren, hat bei mir aber wirklich nicht funktionieren. Einmal weil ich nach einer Zeit wirklich übertrissig davon wurde. Und mir dachte, jo, Woche für Woche hauen sie sich wieder auf die Fresse. Wofür brauchen die das Match eigentlich? Natürlich jetzt ein Last-Man-Standing-Match zwischen den beiden. Ich freue mich drauf, weil es kann eigentlich nur gut werden. Aber mir hat dieses bisschen zu viel Aggressivität das ein bisschen kaputt gemacht. Nichtsdestotrotz war die Fede natürlich gut. Und hat mich unterhalten. Und es war nicht so, dass ich gedacht habe, okay, die Ball kommen. Ich muss erst mal wegschalten. Oder skippen. Sondern ich habe es mir gerne angeguckt. Und ich freue mich auch auf das Match. Und ich glaube, da geht Dean Ambrose als Sieger raus. Ich glaube auch nicht, dass wir... Werden wir einen Titelwechsel erleben? Also ich glaube schon, dass wir einen Titelwechsel erleben werden. Einmal von Kalisto. Und ich glaube, Dean Ambrose macht das Ding in einem anderen interaktionellen Championship-Match. Aber auch da wäre ich halt eigentlich mit beiden Lösungen zufrieden. Dean Ambrose gewinnt, das ist okay. Kevin Owens gewinnt, das ist okay. Solange man es danach vernünftig weiterspinnt und denjenigen nicht einfach wieder komplett versauern lässt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Weil Kevin Owens hat ja aktuell ein bisschen einen Weg mit Lesnar angeteast. Das haben aber allerdings andere Leute auch. Deshalb ist es gerade echt so. Es kann echt viel passieren. Vor allen Dingen kann am meisten halt passieren. Und ich glaube, das ist wie gesagt Dreh- und Angelpunkt dieser Veranstaltung. Deshalb heißt es ja auch so. Deshalb werde ich da jetzt wahrscheinlich auch ziemlich lange drüber reden. Ist das Royal Rumble Match. Normalerweise ist das Royal Rumble Match ja dafür da. Denjenigen, der das gewinnt. Also 30 Mann nimmt an diesem Match teil. Am Anfang stehen zwei Leute im Ring. Nach 90 Sekunden kommt immer einer dazu. Und Ziel ist es, die anderen immer das oberste Seil zu werfen. Wer als letztes drin steht, gewinnt. Unfassbar wichtig diese Veranstaltung, weil sie legt jedes Jahr den Grundstein für WrestleMania. Weil normalerweise gewinnt der Sieger einen Platz im Main Event von WrestleMania. Meistens halt Titelshowings mit inbegriffen. Jetzt, dieses Jahr, es ist ein bisschen anders. Man hatte schon mal, dass ein Titel im Royal Rumble verteilt wurde. Allerdings war es damals vacant. Und diesmal haben wir tatsächlich den Titelträger mit im Royal Rumble Match. Und der tritt als Nummer 1 an. Das heißt, du musst von Anfang an daran teilnehmen. Und auch genau das ist das, was mir Angst macht. Genau das ist das, wo ich glaube, die WWE versaut es wieder. Und ich möchte eigentlich positiv denken. Ich will, dass ich mit hohen Erwartungen an diesen Mammel reingehen kann. Aber ich habe einfach die ganze Zeit im Hinterkopf die Versaunst. Die Versaunst eh, weil man kann es eigentlich im Roman Rumble Match umbenennen, glaube ich, dieses Jahr. Weil dass er dieses Rumble Rumble Match tragen wird, wird klar sein. Und ich stelle mir einfach nur die ganze Zeit die Frage, welche Rekorde wird er brechen? Weil ich bin kein großer Roman Reigns Fan. Mir tat er letztes Jahr eigentlich mehr leid als alles andere, weil ich einfach fand, er war noch nicht bereit. Und jetzt pusht man ja schon wieder so absolut in den obersten Olymp aller Zeiten. Niemand kann ihm was anhaben, außer vielleicht Letzner. Wirklich, es ist einfach so. Du kannst aktuell keinen gegen ihn stellen, der auch in den anderen glaubwürdig wirken würde. Der nimmt die League of Nations, der nimmt einfach alles alleine auseinander. Sogar seinen eigenen Boss. Und man wird ihn nicht schlecht darstellen. Die Frage ist, wie wird man ihn darstellen? Es kann so viel passieren. Ich lese jetzt einfach mal die Teilnehmer vor, die schon bestätigt sind, um jetzt hier mal ein bisschen ins System reinzubringen. So, bestätigt sind Big Show, Braun Strowman, Bray Wyatt, Brock Lesnar, Chris Jericho, Curtis Axel, Dolph Ziggler, Eric Rowan, Luke Harper, Woman Reigns, Ryback, Sheamus, Stardust. Und der Rest ist noch offener. Das heißt, da bleiben noch 17 Plätze übrig. Manche davon kann man sich denken. Die Social Outcasts werden mit Sicherheit vertreten sein. Und generell, League of Nations wird mit Sicherheit vertreten sein. Wahrscheinlich werden auch Kevin Owens und Dean Ambrose mit Sicherheit vertreten sein. Sowas wie The Mist oder so wird auch drin sein. Aber die Frage ist halt, wer sind die Gaster? Wer kommt kurz, welche Überraschungs-Comebacks, welche Überraschungs-Returns, welche Überraschungs-Debüts vielleicht werden uns erwarten. Denn, es ist verdammt viel passiert im letzten Monat. Zum Beispiel, die New Japan Pro Wrestling Signees AJ Styles, Shinsuke Nakamura und Doc Gallows und Aniston sind da. Haben unterschrieben. Da sind sie noch nicht. Die Frage ist halt einfach nur, ich bezweifle einfach mal stark, dass man Shinsuke Nakamura oder die beiden unser liebes Tag Team da irgendwie einsetzen wird in dem Mumble. Bezweifle ich. Wen ich mir allerdings trotzdem noch sehr, sehr gut vorstellen könnte. Es wird ja gemunkelt, dass er bei War debütiert. Aber ich glaube mir schon und ich gebe ihm sogar eine 1% Chance, das ist sehr hoch gegriffen, ich weiß, dass er den Rumble gewinnt. Entschuldigung, ich bin immer noch leicht erkältet, ist AJ Styles. Und da kommt man wieder auf Orlando zurück. Orlando ist TNA-Gebiet. Gewesen. AJ Styles ist Mr. TNA. Es gibt keinen, der TNA so sehr geprägt hat wie er. Und deshalb ist AJ Styles auch bekannt. Und ich glaube tatsächlich, dass man, man plant ihn auf jeden Fall mit einem großen Boom zu bringen. Egal ob jetzt bei War oder beim Mumble. Aber man muss sich halt eigentlich was trauen aktuell. Bei der kompletten Verletzungsbeserie, die man aktuell hat, muss man ja irgendwas machen, womit man ein bisschen, womit man Leute auf sich zieht, womit man Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und was gäbe es da besser als einen Dibütanten, der den Titel direkt im ersten Match gewinnt und auch im Royal Mumble gewinnt. Und natürlich braucht man dafür Dibütanten, wo man sich sicher aneignet kann, okay, der kann das tragen. Der ist gut am Mick. Und der kann auch immerhin was. Und man weiß von AJ Styles, dass er es kann. AJ Styles kann das. Er hat sich schon in verschiedenen Promotionen mehr als genug bewiesen, dass er es kann. Also der könnte diesen Titel ohne Probleme tragen. Und ich glaube auch schon, dass er von den Fans akzeptiert sein würde, weil erstens hat man ja ein bisschen auf ihn Aufmerksamkeit gemacht. Hat man ein bisschen Aufmerksamkeit auf ihn gemacht. Ein bisschen auf ihn aufmerksam gemacht schon. Hilfe, mein Hals ist gerade zu. Beziehungsweise meine Nase. Indem man halt auf die Gerüchte erstmal eingestiegen ist, was man von der WWE auch noch nie gesehen hat. Normalerweise, wenn es Gerüchte gab, wie zum Beispiel der Bullet Club hat bei der WWE unterschrieben. Dann war die WWE meistens immer sehr, sehr leise. Und diesmal sind sie sofort drauf angesprochen. Die haben mitgemacht. So, oh, könnten die vielleicht bei uns unterschrieben haben. Leute, guckt mal. Und dann haben die die ganze Zeit erwähnt, ja, das ist schon in der Karriere passiert. Und das heißt, sie haben diese Leute ganz langsam auch an die Marks, also an die Fans, die nicht so wirklich wissen, was dahinter abgeht, die vielleicht nur WWE gucken und nicht irgendwie noch New Japan Pro Wrestling oder so, die ganz langsam an diese Leute rangeführt. Und ich glaube, dass das vielleicht so ein leichtes, so ein leichtes Abtasten war, so wie, wie nehmen wir das auf? Können wir den bringen? Können wir das vielleicht machen? Und deshalb rechne ich AJ Styles, falls er denn kommt, das steht ja noch gar nicht fest, weil er wird auf jeden Fall heute oder morgen bei Raw debütieren. Ich hoffe heute und ich rechne ihm sogar Chancen aus zu gewinnen. Weil das wäre ein Knall. Da hätte man was. Da hätte man wirklich was. Aber das ist, wie gesagt, nur so diese 100% Chance. So, was auch noch sehr gut sein kann, wenn er gewinnt, was so ziemlich von allen... Also die meisten sagen, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, die passieren werden. AJ Styles ist da keine von. Das sind Triple H, Brock Lesnar und Roman Reigns. Triple H ist noch nicht für das Rumble-Match bestätigt. Kann aber sehr gut sein. Natürlich kann das sehr gut sein. Er kann sich einfach selber da reinbooken. Er kann sich selber als Nummer 30 da reinbooken. Er kann Roman rauswerfen. Ich bin mir zu 100%ig sicher, dass er auf jeden Fall eingreifen wird. Nicht unbedingt als Teilnehmer, aber vielleicht einfach so Roman Reigns raushauen wird. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass Triple H gewinnt. Ich würde es mir auch nicht wünschen. Ich bin trotzdem, ich mag ihn als Heal. Ich mag die Authority. Ich finde ihn am Mikrofon unglaublich gut, aber ich brauche eigentlich nicht nochmal Triple H als Champion. Vor allem nicht, wenn man aktuell so eine krasse Verletzungsmissive hat. Da sehe ich tatsächlich lieber andere Leute als Champion. Ich würde es jetzt nicht so unfassbar schlimm. Es wäre nicht der Super-GAU, aber ich würde es auch nicht befürworten, wenn Triple H das Ding holt. Ich würde es mir wünschen, dass er einfach irgendwann nicht als Teilnehmer kommt, sondern einfach nur so, als er selber, als er selber, und er macht dann keine Business-Entscheidung, sondern eine persönliche Entscheidung und wirft Roman Reigns raus. So könnte man natürlich das Grundwerk spinnen für die Fede bis zu WrestleMania, die dann bei WrestleMania gipfelt. Denn ich finde, also alles läuft auf Roman Reigns gegen Triple H schon raus. Das ist klar, dass das irgendwann das Match bei WrestleMania sein wird, dürfte allen klar sein, außer es verletzt sich da ein Ging. Ich bezweifle, dass man irgendeinen anderen Weg gehen will. Alles andere wäre auch dumm. Aber ich finde einfach, dieses Match wäre groß genug und es braucht keinen Titel, währenddessen andere Fäden nicht groß genug sind und die Titel sehr, sehr gut gebrauchen können. Weil so ein Titel wertet so eine Fäde natürlich immer nochmal ein bisschen auf. Und es ist einfach so, Triple H gegen Roman Reigns braucht keinen Titel. Die beiden haben Hass, die beiden haben eine Story miteinander, die jetzt schon seit über ein paar Jahren geht. Das geht, das braucht keinen Titel. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass weder Reigns noch Triple H gewinnt. Dann bleibt noch von diesen drei Mega-Möglichkeiten Brock Lesnar. Und ich glaube, mein Tipp sitzt, äh, sitzt, nein, mein Tipp sitzt auf Brock Lesnar. Mein Tipp liegt auf Brock Lesnar. Ich glaube, er macht das. Man hätte einen Champion, auf den man auf jeden Fall vertrauen kann. Man weiß, dass er zieht. Man weiß, dass die Leute den sehen wollen. Aber auch das wäre jetzt schon wieder so, hm, wie oft wird denn dann Böse WrestleMania da sein, ist die Frage, ne? Ähm, es wurde ja jetzt letztens, äh, eine Fede Lesnar, Wyatt sehr, sehr krass angeteast. Und ich glaube auch, dass man diesen Weg gehen will. Und deshalb würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass eine von den beiden den Titel gewinnt. Da wäre mir lieber Wyatt, weil das wäre was Neues. Das wäre was, das wäre etwas, wo man nicht im Vorhinein sagen würde, yo, das passiert, sondern einfach mal ein bisschen frischen Winter reinbringen. Wyatt ist auch jemand, der bereit ist für ein Main Event. Und ich glaube, das ist eine Fede, Lesnar gegen Wyatt nicht funktioniert, wenn Wyatt nicht irgendwas in der Hand hat. Wenn man Wyatt nicht irgendwie so einen Push gibt, wo ordentlich was hinter steckt. Und weil Lesnar braucht ja keinen Titel, ne? Lesnar kann man so oder so immer als Beast darstellen. Und ich finde, man hat im Mortal Mumble Match auch eine gute Chance, den Kerl rauszuwerfen, ohne dass es so wirkt, als würde er geschwächt sein. Weil man kann immer, Lesnar, man kann ihn ab, man sehe nur Mabel gegen Undertaker, ich glaube, wann war das nochmal, als er ihn rausgekommen? Ich glaube, 2002. Als Mabel, ähm, nicht Mabel, wie hieß der noch? Maven? Ne, warte mal, wie hieß er denn nochmal? Ähm, als Mabel, wie hieß er nochmal? Doch, Mabel, oder? Ne, Maven, ach, Maven. Als Maven ihn rausgeworfen, als der erste Tough Enough Gewinner ihn rausgeworfen hat, hat auch funktioniert und keiner hat gesagt, ne, da wird ja aber viel zu schwach dargestellt, weil es einfach funktioniert hat, weil es Sinn gemacht hat und weil er nicht so wirklich, also es könnte funktionieren. Deshalb wäre mein Wunschsieger Bray Wyatt oder AJ Styles. Ich tippe allerdings auf Brock Lesnar. So, und jetzt kommen wir zu dem, wovor ich mega Angst habe, wovor ich wirklich Angst habe, und zwar, Roman Reigns. Ich habe ja schon gesagt, wie viele Rekorde wird er brechen? Ich bezweifle, dass er seinen 12er Rekord mit den Eliminierungen brechen wird. Ich glaube, dass er den, äh, Roman Mysterio Rekord von 62 Minuten brechen wird. Er wird unter den Final Four sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde es absolut feiern, wenn er schon relativ früh rausfliegt, weil das würde die Spannungskurve einfach mal sowas von in den Himmel werfen, das könntet ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, oder vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wenn es morgen passiert, wenn es heute passiert, ne? Ähm, aber da, also das wäre echt schlimm, wenn er das gewinnen würde, weil dann würde ich echt, also, das wäre wirklich so das, wo ich sagen würde, jo, man hat es geschafft, drei Jahre hintereinander diesen Rumble komplett zu versauen. Und ich glaube, das würde auch ihm nicht gut tun, weil die Leute würden buhen und sie werden buhen, wenn das passiert. Weil es will keiner sehen. Es will keiner sehen, wie Roman Reigns sich gegen 29 andere durchsetzt und da den dicken Macker kassiert, weil es markiert, weil das haben wir jetzt schon die letzten Wochen nur gesehen, dass dieser Kerl übermenschlich ist. Wir haben es langsam verstanden. Und ich, deshalb, ich möchte ihn eigentlich, am liebsten wäre mir Lesnar und, äh, und Reigns als Nummer 1 und 2 und die hauen sich raus, bevor Nummer 3 rauskommt. Beides zusammen. Heißt, nobody knows what will happen. Ja? Das wäre awesome. Das würde die Spannungskurve heben. Aber nicht, wenn ein Roman Reigns bis zu den Final Four da drin ist und sich da durchkämpft und eigentlich jeder denkt sich, bitte, 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 bitte gewinne den Scheiß. Einfach nur nicht. Du uns den Gefallen, geh selber über das Top Pop oder so, ist uns kackegal, bitte gewinne das einfach nur nicht. Wir wollen das nicht sehen. Und davor habe ich wirklich Angst. Also, oh Gott. Also, die letzten beiden Jahre, ich saß sowohl als Batista gewonnen hat als auch bei Roman Reigns. Ich war nicht einer, der fast sein Fenster zerschlagen hat, vor Rot. Ich war einer, der auf dem Sofa saß und gelacht hat, einfach weil ich das mit Humor genommen habe. Weil ich auch denke, wenn man das nicht mit Humor nimmt, kann man da schnell mal irgendwas kaputt machen. Zum Beispiel sein eigenes Herz. Und ich hoffe einfach nur so sehr, dass sie es nicht wiederholen werden. Und deshalb wäre, so wie ich es machen würde, ich würde jetzt, wie gesagt, Roman Reigns relativ früh rausfliegen lassen, Lesnar ein paar Leute eliminieren lassen und dann kommt Bray Wyatt. Dann kommen die Wyatt-Family. Wir können ja sagen, am Anfang ist schon Braun Strowman drin, dann kommt irgendwie nach einer Zeit Luke Harper, die beiden battlen sich zusammen gegen Lesnar, keiner kann irgendjemanden darüber rüberwerfen und dann kommt Bray Wyatt. Und die schaffen es, zusammen Lesnar rauszuwerfen. Wäre schon mal der Grundstein für die Feder. Und vor allen Dingen am Ende würde Wyatt halt triumphieren. Also würde den Rumble gewinnen, würde ein neuer Champion sein, indem nur noch, ich sag jetzt einfach mal, Harper oder Strowman und Wyatt, Harper oder Strowman und Wyatt noch im Ring stehen und zusammen den Letzten eliminieren. Sei es Rusev, sei es Big Show, sei es irgendjemand. Wahrscheinlich irgendein Heal, nein, am besten irgendein Face, damit es wirklich als Heal da kommt. Wenn es zum Beispiel irgendwie noch, im letzten Moment noch ein Chris Jericho oder so zum Beispiel noch da drin ist, würde ich einfach, dass Wyatt Chris Jericho eliminiert und dann halt nur noch die Wyatt-Family alleine im Ring stehen, als die Letzten zwei oder drei oder vier. Und dann tatsächlich einfach bis auf Wyatt alle rausgehen. Und ihm quasi, weil das würde mal tatsächlich ihn als Heal Leader, ihn als Leiter dieser Familie sich darstellen. Wenn sie wirklich alle auf ihn gehorchen und nicht dieser Möchtegern-Turn, wo natürlich alle gegeneinander kämpfen müssen, weil sie ja alle gewinnen wollen, sodass sie sich tatsächlich auf ihn gehorchen und dann einfach rausgehen. Das wäre ein Rumble-Sieg, wie ich ihn mir vorstellen würde. Das wäre der Wunsch, den ich hätte. Und ich würde tatsächlich sagen, damit war es eigentlich von dieser Preview. Ich glaube nicht, dass sowas wie jemand wie Goldberg oder Kurt Angle Return, da glaube ich nicht dran. Ich glaube generell, dass Returns nicht so groß sein werden. Da kommt vielleicht Godfather, da kommt vielleicht das Ding. Aber das war es. Mehr wird ja nicht passieren. Insofern war es das von dieser Preview. Die war tatsächlich relativ kurz mit nur 25 Minuten. What the fuck? Normalerweise ging mein Herr locker immer, da kann ich immer gut 15 Minuten darüber reden, aber es passiert ja auch nicht so viel bei dieser Veranstaltung. Außer dem Rumble-Match und da freue ich mich echt drauf. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen, oder wir hören uns morgen, bei einer Review zu dem Royal Rumble. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr werdet heute Abend Spaß haben damit. Mit dem Royal Rumble. Ich hoffe, ich werde Spaß haben damit und ich hoffe echt nicht, dass Reigns gewinnt. Die Hoffnungen sind hoch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.